vielleicht kann ich die giftproben noch schnell bei der klinik abliefern vielleicht macht das morgen weil ich glaube ich schaff es nämlich genau nicht dankeschön einfache funksseile anscheinend gibt es keinen falsch an was ich schon mal sehr gut finde morgen ist wieder samstag das heißt morgen ist wieder hier ausarbeitungszeit das macht auch echt spaß eisen dort habe ich ja noch gar nicht gefunden hier gibt proben kommt auch da rein warum nicht in gift hier ihr nichts hier weiter ja aber habe ich da gerade noch einen kleinen hier kommt es sehen oh ja mensch dieses eisenschwert hätte ich ja voll bock drauf hier schön Das ist ein Küster. das ist nur ein steinofen lasse hier noch ein bisschen nachfüllen so schaden erhöht im rathaus ich habe einen plan entworfen um straßenlampen in unserer stadt aufzubauen wir haben zu viele beschwerden über die schwache nächtliche beleuchtung am morgen wird die stadtregierungen für unabhängige aufträge für straßenlaterien bei der handelsgilde vor öffentlichen bitte erfülle sie so schnell wie möglich ich weiß dass unsere bürger überglücklich sein werden ich kann mich mal verstehen verschwindet das ist deine letzte chance ich habe da so ein gefühl wert sein könnte ich habe da so ein gefühl wert sein könnte ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe Ja, das sieht auch schon wieder viel besser aus, das Schwert. Schöne betreten. Gefährlich sei er da. Ob es hackt? Super. Kicking! Schöne. Sonne. Okay. No, das was so cool. Oh, das war's war. No, das war's war. Okay. No, das war's war's war. So. 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 mit einem schwert Oh Oh Uh Why couldn't you just Pay up the first time Run away Ado erzählen Die Schwerter sind krass Also das Schwert ist krass Das war mir eigentlich schon fast klar Hier beschenken So Minus 2 Ich dachte sie freut sich über Reuterforelle So Bin nicht auf die Brücke gelaufen Sondern neben die Brücke Umgelaufen Boah da werde ich ja jetzt richtig Zeit einsparen Wilde Hühner schon wieder Ich muss noch die Mängel abarbeiten Das habe ich fast verjessen Aber so lange hat das ja auch nicht gedauert Dann gehen wir jetzt erst Hier rein Machen da wieder alles schick Okay Okay Das steht hier. So, wie das zu geplant. Das hier aber nicht und das hier aber nicht. So, dann war's das. Dann gehen wir hoch nach Alo und dann gehen wir nach Emily. Oh, Alo, hey! Oh, da du bist. Entschuldigung, wir haben nicht so viel Aufmerksamkeit in diesem Fall, als wir liebten würden. Das ist gut. Ich habe herausgefunden, dass es die Banditinnen von vorher waren. Sie riefen, nachdem ich sie verletzt habe. Du solltest wahrscheinlich bei uns die Kriminale zu verletzen. Das könnte gefährlich sein. Aber ich bin glücklich, dass du dich in einem Ort gesehen hast. Ich glaube, wir haben eine Entschuldigung. Wir haben ihn für eine Frage gestellt. Oh, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit für meine Mission, oder? Ach, doch. Wir haben noch 13 Tage. Beibaus von Walnushain. So, in Spitz-Portionen reise ich über hin und Branche ist eines meiner Lieblingsziele. Meine Schreibhand fängt an zu jürgen, wenn ich hier bin. Das ist doch schön. Hey! Hi! Here they go again! They ran off again. You think I'm practicing for a marathon or something? Thanks for your help. These little things had enough fun time. It's time to let them rest. try to bother you again. youk-ma In return. here are some eggs. Ich empfehle wirklich, wirklich deine Hilfe. Und die Bräder muss ich natürlich auch noch. Und die Bräder muss ich noch. So, reparieren wir das Ding. Hartholz-Deale brauche ich auch noch. Ja, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Holzacken. Ja, dann gehen wir mal wieder. So, 10.400 haben wir. Ja. Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich glaube es waren 15.000, die man für die nächste Ebene brauchte. Natürlich mache ich das. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal wieder. 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 Ja, dann gehen wir mal wieder.